herzlich willkommen zu einer weiteren folge wir werden aktuell wir bringen gerade auch schwarz ich habe es dafür dünn 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 nur noch kurz berechner irgendwo am schon gehabt 23 23 23 23 23 23 24 Müsst ihr innen hauen. Ja, aber neuer von vorne anfängt er, das muss ich sagen. Und er wird noch zurechtfinden. Achso, alles klar. Oh, Maffel. Und die... Wurzeläubern pressen und dann wieder los. So, jetzt schauen wir mal hier. Ich glaube, der war durch. Entschuldigung, weil er hier... Gedüngt ist... Ups, gedüngt ist fertig. Jetzt wird fahren, und dann kommt er. Und dann kommt er. Ja. Ja, ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was kostet die BGH als Ganzes? Die BGH kostet 252.000. Ein Silo kostet ein kleines kostet 15.000. Was ist das denn da hinweg? Was ist das denn da hinweg? Okay. 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 Let's be back. So. Schauen wir mal, ob ein Engel kommt. Und dann gucken wir gleich, die Sache, und zwar, ich bin befürchtet, dass gerade ein Gewehr hängt, gepackt. Einen Sitzel Sitzel Es ist besser. Es ist auch schade am Feldland. Hat er gepackt. Wir wollten eigentlich ein Mischfutter herstellen. Das heißt Gebäude. Da nicht. Ziellos. Das müsste hier sein. Das könnte hier nicht sein. Doch. Ach. Silo für Mischfutter. Aha. Da kann man theoretisch Mischfutter einlagern. Gut. Ich wollte herstellen. Gut. Dann wollen wir mal auf Fahrzeug gucken. Hier haltung. Kostet ja nur 7000. Und. Ja. Ja. Dann. 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 So, das heißt, jetzt zahlen wir das Geld für Tierhaltung. Der kleine reicht jetzt mal. Hast du gut gemacht. Jetzt können wir ja auch losen. Das ist ja auch ein Pferd. Und das ist ja auch ein Pferd. Das ist ja auch ein Pferd. Oh Das war von der Quillage Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann rösten wir den schnell um, bevor wir ihn einbauen können, wenn wir den Silageballen gehoben kriegen. So ein schönes Kipfel. Dann rösten wir den Silageballen. Dann rösten wir den Silageballen. Dann rösten wir den Silageballen. Da rösten wir den Silageballen. Dann rösten wir den Silageballen. Wir haben einen Silageballen. Wir haben einen Silageballen. Dann rösten wir den 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 Silageballen. Das ist ein neues Gerät, keine Fahrzeuge. Das ist ein neues Gerät. 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 Das ist ein neues Gerät.